Ein Ort, wo nicht Gutes getan wird, keine Wohltat ist, ist ein verlorener Ort. Die Stadt ist verloren, diese ganze Gegend ist verloren. Die gesamte Menschheit dieses Ortes ist verloren. Da kannst du nichts mehr machen, wo keine Wohltat herrscht, wo keine Barmherzigkeit herrscht. Wenn du siehst, dem anderen geht es schlecht und du ihm nicht hilfst und dir passt, dass es ihm so schlecht geht. Du kannst ihm helfen, aber du spielst auf Taube Ohren. Auch wenn du etwas irgendwann mal brauchst, wirst du es brauchen. Garantiert. Willst du, dass dein lieber Gott auch auf Taube Ohren spielt? So habe ich euch nicht erschaffen, sagt er. Wenn er die Welt erschaffen hat, sagt er, das ist mein Werk. Olam Chesed Ibane. Das ist so, wie einer zum Beispiel mit Knisset baut. Eine Synagoge. Was sagt er? Die Ration, dass viele Gebete hier stattfinden sollen. Weil das ist der Grund, warum er sie gebaut hat. Nicht um zu zeigen, wie viel Geld er hat. Das wurde es ihnen gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020